Aufgepasst! Der Trainer zeigt jetzt mal, wie es geht. Steffen Baumgart kickt am Freitag beim Aufwärmen mit in der Ecke. Und muss prompt in die Mitte. Da packt den FC-Coach natürlich der Ehrgeiz. Voller Körpereinsatz, Spielwitz, immer in Bewegung. Baumgart weiß eben, wie man eine Mannschaft auf ein Duell mit dem Tabellenzweiten einstimmt. Steffen Baumgart!